Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Back4Blatten. Das ganze natürlich wieder mit der Ela und mit der lieben Hailey. Hallo. Hallöchen. Ja. Gibt es Tomaten? Gibt es Salat? Kann er in der Grund mal die Klappe halten? Nein Snitcher und Echse. Verhaltet euch leise. Was hat er getan? Er hat den Snitcher an den Schreihalsen an den Schreihalsen. Oh Mann. Ja, das hat man schwimmen. Oh, da ist ne Tür. Wollen wir da mal reingehen? Oh, was groß ist. Ein Murloc. Nein. Oh mein Gott. Was ist hier los? Warum ist das so? Wer hat den Blut? Ach. Oh, ich liege. Wer liegt denn da jetzt schon? Ich. Aber ich kümmere mich um den Nuller. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Halli. Der Bord hebt auf. Danke. Sehr gut. Alles dunkel. Ja, echt ohne Witz. Ja, was ich wollte. Gibt's nix scheiß, gell? Da wird doch nichts an dem Raum drin, Alter. Super. Ja, na, also nichts würde ich jetzt nicht sagen. Wir müssen auf das Maisfeld. Ab das Maisfeld. Mal wieder. Da. Oh. Denk dran, ruhig schweigen. Die Gasflasche hier drüben. Warte, die hole ich mir. Zeig ihm doch nicht die Gasflaschen. Das ist nötig. So. Hey, wer hat mir das untergeschoben? Wo darf ich? Einmal nach, was hier drin ist. Nicht beim nächsten Snitcher. Da ist Snitcher. Da ist Snitcher. Nicht, 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 nicht. Lauft links rum. Links, 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 links. Hoffentlich gibt's hier drin noch was. Und rennt weg von dem Weg. Kommt hier mit hoch. Darf ich hier? Pum. Hallo? Warte doch mit da hinten rum, bis wir von das Snitcher weg sind. Kommt hier hoch. Ja, dann macht ihr mal. Wir müssen das Nest zerstören. Ah, Merlock. Jetzt? Ja, zum Beispiel. Snitcher. Scheiße. Verdammt. 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 Komm mit einer. Vorsicht hinter dir, Hayley. Hopp. Hayley hat einen Snitcher. Ja, sorry. Der steht halt da. Verdammt. Das ist gar nicht gut hier. Oh je, oh je. Ah, ganz ruhig. Ich baseball die hier alle mal weg. Ja, mach ruhig nur. Ich glaube es hat ganz gut funktioniert. Hat jemand irgendwas zum Heilen oder so? No. Ne, wa? Aussi da unten sind Vögel, gell, Leute? Da. Oh, ja. Ja. Ich hab was zu heilen. Bist du schon drin? Hier. Ich bin in dem Geldsterhaus. Ich bin in dem Geldsterhaus. Nee, warte mal schnell. Das Spiel ist eigentlich so lau hier. Dankeschön. Ich bin in dem Geldsterhaus. Vielen Dank auch. Na lass. Na lass. Na lass. Na lass. Ren. Ist gut. Ist gut. Geh weg. Jetzt. Wunderbar. Wunderbar. Ich hab hier was gefunden. Ich hab hier was gefunden. Ich hab keinen Mund mehr. Wir brauchen ne Pickern, hab keine. Gleiche Kiste. Ich hab eine, ja. Dann mach mal auf. Da kotzt mich was an. Mach schon das mal kaputt. Oh. Ich hab eh. Oh, nicht gut. Habe doch ab, ja. Wir haben hier. Das bewegt sich sicher nicht von selbst. Wir müssen... Ach, verdammt. Was müssen wir? Wir brauchen... Wir brauchen irgendwie... Was was tun macht. Knoten. Nein, wir wollen die Knoten. Hoch mit uns. Knoten. Und du konntest uns das nicht früher sagen. Ah, hier. Knoten gefunden? Da gibt's nichts zu sagen. Ne. Da oben sind die Knoten. Aber da unten ist was Großes. Und das wäre? Ey. Ich muss gar nichts sagen. Ich sag euch nur. Ja, ich hab keine Munition mehr. Also, ich bin hier unten mit dem Minigun. Darum muss ich mich kümmern. Warte. Ich kümmer mich um die Knoten. Keine Sorge. Ich hab genug. Schau dich. Ekelhaft. Oh, ich will nicht. Kaufen. Ekelhaft. Flocki. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind sehr lecker. Am 44er Hanoi. Seht die Hose. Eee, ich bin gleich tot. No. Verdammt. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab nicht meine Munition, um mich zu wehren. Verdammt. Wo bist du? Unten. V. Dich werb mit V. Dich werb mit V. Du bockst ja immer mit V. Uah. Geht nicht. Ich kann nicht mal, ich kann nicht boxen und ich kann nichts machen. Hebt der dich auf? Ja. Aber der wird angegriffen hier von allem Möglichen. Oh, das ist aber... Das ist aber... Nein, nicht doch. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, ich lieg auch. No. Ich hab so gut angefangen. Ich lebe uns auf! Lebe uns auf! Lebe uns auf! Scheiße. Ich kann das mal stechen. Wo seid ihr? Unten? Ja. Warte, 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 warte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! No! In seinen Händen gestorben. Verdammt. Verdammt. Geht wieder raus. Geht wieder raus. Ach. Ja, los, gleich weiter, oder? Ah. Natürlich. Laufen lassen und gleich weiter. 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 Ich hab schon Hallo gesagt, gell. Huhu. Verdammt, der Axt. Kein Fortfahren. Wat? Ja, alter. Wat? Wat? Doch, geht weiter. Ja, 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 ja. Das war schon ja ein bisschen fibbelig. Bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. A tiny little bit. Äh, äh, müh. Warte. Äh, müh. Äh, müh. Äh, müh. Äh, müh. Äh, müh. 44, was geht los? Pass auf, jetzt kommt Englisch auf Aussi. Ich war so a little bit nervous. Äh, little bit. Äh, little bit. Äh, little bit. Äh, little bit. Äh, äh, little bit. Äh, äh, little bit. So, warte. Jetzt mach ich aber jetzt hier ganz fix meinen Charakter. So. Sorry, bei dem Spiel keiner zu aufm Chat gucken. Ach, das ist ja alles nur Standort. Ach, vonahm. Warum kann ich nur Standort? Ach, no. Weil das so ist. Aber es gibt da neue Sachen. Ne, ich wollte da neue Sachen. Aber es gibt keine neuen Sachen. Ach so. Eine, müh. Eine, müh. Eine, müh. Eine, müh. Eine, dä, 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 dä. Da, da, dä, dä, dä. Wofür, dass wir da verloren haben. Ja. Geladen und entsichert. Ach, der Strophe. Los geht's hier. Jetzt aber. Jetzt wird das hier aber ein Fest. Jetzt los geht's. auf. Ein Fest. Der Gemütlichkeit. Ne, das war was anderes. Wir werden das nicht schaffen. Naja, wenigstens sind jetzt hier nicht mehr so viele Sirenen. Meinst. Das in den Moment. 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 Right. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Da. Das vielleicht nicht schlecht. Da. Ja. Gut. Wunderbar. Dann gucken wir die richtigen. Wunderbar. Komm schon ran. Komm schon ran. Hier ist eine Kiste. Warten auf Team. Wer fehlt denn? Ach, der Healer fällt. Wunderbar. Wunderbar. Du müsstest doch die Karten jetzt schon auswendig können, oder? Ne, ich hab die neuen mit rein. So, jetzt nehmen wir erst mal was zum Heilen mit. Ja. Das nehmen wir mit. Ich hätte euch vielleicht nicht im Dunkeln lassen sollen, aber ich wollte nicht, dass ich überall Panik breitmacht. Laser nehmen wir mit. So. Mehrere Wochen vor der Rückkehr der Infizierten. Eine Rohrbombe. Ne. Ne. Können wir? Seid ihr ready? Mhm. Wo gibt's hier? Ah, ich nehm mir jetzt den, ich nehm mir jetzt für ne Keule mit. Was für ne Keule? Dann antworteten uns kleinere Siedlung nicht mehr. Jo, weiter geht's, oder? Da hatten wir ne neue Folge. Lassen wir weiterlaufen. Ja. Lassen wir gleich weiterlaufen. Dann let's go. Ah, danke. So, jetzt geh ich schon mit der Keule durch. Guck mal hier, wechseln an. Dann halt. Jetzt müssen wir erst mal Rogers retten. Hallo. Das war meine Prünste. Ich mal durchrennen hier. Oh, was liegt hier? Die Knüfte. Bleibt wachsam. Bleibt am Leben. Da. Infiziert. What? 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 Was ist denn das? Der war aber vorhin noch nicht da. Nein, der war nicht da. Der war noch nicht da. Ich zieh es mir. Alter, was ist mir? Alter, was ist mir? Der da! Das ist da. Der da! Der da! Der da! Alter, was stimmt denn mit ihm nicht? Das stimmt das? Oh, weg hier! Weg hier! Weg hier! So, wo ist er? Urgo nennt sich das! wieder zurück hier gibt es karten im übrigen der bot ignoriert den oberhalt vollkommen ok wo waren die karten hier ist übrigens erste hilfe brauche ich nicht wir sind gut rum kommen aber hier ist es ja wenn man das immer so ich habe erste hilfe mit achtung ihr trüben sind oder das kommt oder ich mach die hier mal weg zerstöre das nest um vorzufahren am besten alle ein boomer das wird schon ihr müsst keine angst haben ich habe hier unten die knöten soll ich schon mal ja oder habt ihr achtung jetzt geht es aber los jetzt können sie wieder wenn du vielleicht mal ein bisschen ich habe einen pass kann da jemand draufschießen ist gar nicht schlecht gell der baseball ist wunderbar ich muss mich aber mal ganz kurz teilen nicht so schlimm da hinten warte 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 was haut mich denn da so dicke der ist fort ok warte hier hinten waren wir wieder irgendwo wo ach hier unten dieses mal hatten wir glück ach warte 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 lass mich positionieren dann löst macht ich komm dann hoch geflitzt ähm ich stehe jetzt hier ja was habt ihr denn jetzt gemacht ich hab mal den esknoten zerstört sehr schön wir sollten aber noch mehr kommen glaube ich das war doch jetzt gar nicht so schlecht da noch eine schöne spukwelle am angriff und der ängste ich kann ja mal bei sie haben auf den top weg 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 so der schläger ist so geil lass mich durch ich bin arzt da waren die nicht lass mich arzt ich bin durch so rum aber doch nicht so rum ich habe es hier ein Stück saft weg 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 da jonge gibt es aber keine auf die lichter bumm so mann war trotzdem ok jetzt ja so habt ihr das gesehen da wäre ja auch zu einfach wunderbar was gibt es hier ach Licht muni bei dass es auf nach was ist das richtig wieder auf Ich will es gar nicht lösen. Evangelos ist fest. Wo ist er denn? Ne, das, was mir ein Feld macht. Muss mich ausrufen. Ja. Oh, ne! No, no, no. No, no, no. Komm zurück, da ist ein Fass. Ich hab ihn leider nicht mit dir im Ring. Geht eigentlich nur darum, dass wir ange... Oh, verdammt! Der liegt mit seinem Knüppel da unten und fuchtelt drauf. Danke, Carly. Da. Merci. Ah, Großbett! Ah! 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 Groß Großbett! Ah! Ja, ich leg... Hey, danke. Boah, Mann! Ach ja, wir werfen uns die ganze Zeit an. Puzzeln sie auch. Ja... Ah, verdammt! Hier, Evangilo! Ich leg auch gleich. Hat jemand was zum Verarzen? Leider nicht mehr. Ich hab noch gar nichts. Leider nicht mehr. Man, das muss recht wehtun! Dann müsst ihr mir halt auch glauben, so bei uns. Eila, bleib da stehen! Geh, hast schon vor da. Lass dich nicht noch mal beißen. Ich hasse das, was die Würmer abgehen. Geh, geh doch fort! Wo? Stimmt was nicht. Wo sind denn die? Ne, macht's am Ende rund. Ah, Vorsicht! Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh, geh! Oh, ich bin an die Vögel vorbeigekommen! Puh! Auf, auf, auf! Ja, Entschuldigung, da kam weiß! Ne, hier geht's nicht weiter! Zurück, ne! Ist das jemand? Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Oh, ich bin jetzt wirklich aufgescheuert. Oh Mann! Vielleicht müssen wir doch eins an das Haus. Meins! Geh, geh wieder raus! Hm! Wir kommen hier nicht hoch! Mach besser auf, wo du dich hinstellst! Steck mich! Lade nach! Nicht? Wir kommen ja nicht rein! Wir müssen... Hier irgendwo lang! Das ist der Schalter gewesen. Hier, ich hab's! Uh, vor deinem Vögel! Hallo! Ich komm dir zu! Nee! Wir müssen zurück! Das dürfte nötig sein! Wie lange? Wie lange? Hier, komm mit! Da müssen wir jetzt! Wartet mal! Wir müssen an den Vögeln vorbei! Da müssen wir jetzt durch! Wir finden euch nicht! Hier! Hier! Da drüben! Hier! So, alle nachgeleiten! Jo! Wir müssen jetzt ja langsam... Es geht nicht anders! Wir müssen... Langsam über die Vögel drüber! Oder nee, warte mal! Hier hinten ist nichts! Nee, warte mal! Hier hinten geht's nicht weiter! Walker, du blutest! Ändere das! Du blutest! Ändere das! Ja, schön! Wie soll ich das ändern, weil ich nichts zu verbinden habe? Sturmgewehr! Glaublich! Warte mal! Hier! Nee, da geht's hier wieder rein! Ähm... Ihr Sackgasse! Ihr Sackgasse! Alter, jetzt geht's mir auf den Sack hier im Labyrinth, ganz ehrlich! Helfe dir! Vielen Dank auch! Jetzt kann man die Tür aufmachen! Nee! Guck mal! Hilfe! 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 I need your help! Hallo! Wo der? Wo bin ich jetzt? Hey, Moni! Hey, Moni! Warte! Nee, der Evangelio ist bei mir! Wo seid ihr? Wie komme ich dann zu unten wieder rausgelaufen? Hier vorne wieder! Ach, Lül! Lass mal hier die Treppe hochgehen! Oder? Ja, stimmt! Ich muss mich mal zu euch finden! Nee, kannst du knicken! Nee, Treppe ist nicht! Okay! Hallo, Nip! Wo müssen wir hin? Ich bin jetzt auf so einem Platz, wo eine Statue ist! Da waren wir ja vorhin! Da waren wir ja vorhin! Ein bisschen mehr Licht! Ich versuche es! Ich versuche es! Ich denke mir irgendwie nach einem Ober! Hm, der ist bei mir! Ich hab mich halt komplett verlaufen! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss! Hier! Ich sehe etwas! Wow! Das hilft mir jetzt aber nicht! Das Labete! Nee, da hinten ist bloß der Splittergranate, falls du die brauchst! Ach, verdammt! Da sind wir wieder hier! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesagt, das? Äh! Äh! Ja, kommt her! Kommt her! Wie komm her? Hier! Was? Wo? Warte! Ich komm! Ich find keinen Weg zu euch! Ich bin da hinten! Du, Hayley, du da! Ja, hier, Anna, komm zu mir! Ah, ja, okay! Ja, jetzt hier lang! Ui! 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 Hier oben! Puh! Die Leute sind offline, ne? Jaaa! Bist du mich nur eingeloggt vielleicht? Wir müssen, wir müssen hier hinten lang! Nee, nee! Ich vergess schon auch! So! Vorhin, ob ihr Nachrichtigungen kriegt, aber irgendwie... Ja! Ja, da geht's nicht hoch! Ja, warte, warte, warte! Wow! Du müsstest irgendwo... Du musst dich verarzten, Mann! Du musst dich verarzten, Mann! Wie soll ich das machen, du Gunde? Taser! Hier! 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 Da, dann! Ja! Wie? Hier! Was ist das? Warte! Ich helfe dir! Oh, Alter! Danke, Bruder! Das ist eine Kirsche! Aufmachen! Was für eine Scheiße! Ja, Blocki! Alles in Ordnung! Wie viel Prilato? Brauchen wir nicht! Schmerzenmittel und Taser! Ich brauche das! Ich brauche das! Äh... Ja! Oh, das ist nicht böse! Also kann noch einer mitnehmen! Nein, ich habe... Kein Platz und Taser! Hier! Da drüben! Ja! Ja! Erstmal sammeln! Ach, da ist der Heli schon! Hier, lass uns schon da! Da! Treppen hoch! Ja, schön! Hier ist der Stuhl noch von! Verreiche den Schutzraum! Ah! Ne! Oh, groß! Oh Gott! Ne! Ne! Ja, Alter! Dann finden wir hier nie wieder... Ich werde nie wieder rein gefallen! Louis, jetzt rein! In den Schutzraum! So, stimmt! Lalalalala! Stimmt! Laufen! 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 Ich komme ja vorbei! Nein! Nein! In den Schutzraum! Ja, ist denn drin! Mach mal die Tür zu! Tür zu, Mensch! Tür zu! Ich bin losgefallen! Ich bin die Tür nicht zu! Ach, nö! Wir müssen das Vieh erstmal platt machen! Ah! Angelo! Ah! Verdammt! Entschuldi ihn! Wo ist ihn? Ich verteidige den Schutzraum! Angestossen! Wow! Vorsicht! Ah, der kann richtig gut zielen, Alter! Ja! Ich hab dich da gemerkt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ah, verdammt! Jetzt hat er mich! No! Hättet ihr mal den scheiß Taser mitgenommen! Verdammt! Ich weiß gar nicht, wie ich zu euch kommen soll! Ich hab hier, ich mach ja mit dem besserer! Komm schon, Rudi! Machste! Komm schon, Rudi! Komm schon, Rudi! Jawoll! Rudi, auf geht's! Komm! Jetzt ab und den Schutzraum! Oha, Vorsicht! Oha! Ich kann mich immer zählen! Oh! So! Rennt! Rennt! Ja! Ich bin der Dose! Ich kümmere! Ich kümmere! Lauf, lauf, lauf! 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 Kann mich jemand aufheben? Wo bist du? Ich bin vor der Tür! Mensch, komm doch rein! Nichts! Du fliegst in den Wehrungen! Ich gestolpert, sorry! Rein jetzt! Ja, bin drin! Kommt rein! Genau, was ich wollte! Aber wir können es! Kennen! Achso, nee, warte, hier ist der Schutzraum, Leute! Oh, nee! Oh! Oh, schönen Dank, Rudi! Jetzt auch rein mit euch! Tür zu! Ganz ehrlich, dumm ist, wer ist das? Dumm ist, wer dumm ist, tut! Ach, nee! 24 Minuten wegen Dummheit! Aber eine schöne Runde, ne? In diesem Sinne, lasst Dämpchen da, wenn es euch gefallen hat! Wir sagen Tschüss und Ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao, ciao!